Das Dezember-Gewinnspiel ist am Start und ich verlose eine PS5. Das Gewinnspiel findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. In jedem Video ist ein Code versteckt, der dir noch einmal 10 extra Teilnahmen ermöglicht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen nun wieder eine Runde... Ah ja, doch, wir sind hier. Wir spielen wieder eine Runde Assassin's Creed Valhalla. Und sind an der festen Cinnabell, wo wir uns jetzt hier durchschlagen müssen. Okay, was muss ich nicht machen? Schieße auf die Bindeglieder. Ja, wir sind hier. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, wir sind hier. Öffne das Pfeilgötter, müssen wir machen. Hier sind noch mehr Pfeil... äh, Essen. Essen ist grad auch wichtig, find ich persönlich. Okay, wie kann ich das am besten öffnen? Muss ich wahrscheinlich durch, oder? Ah, hier oben hin. Ja, okay. Hallo? Klettert ja mal... die mal weiter. Ich hätte sie nicht ganz so hochgemusst. Hä, wo muss ich hin? Hallo? Hallo? Ich mache noch die Pfeile mit. Hier entlang wahrscheinlich. Ah ja, hier. Alles Sheik. Oh. Nee, nee, nee. Ah ja. Oh. Oh. Genau. Gehen wir da,rut. Oh, okay. Dann geht's já. Oh, okay. Oh, okay. So dann. Öffnen wir das Tor mal. Hallo, Edwin. Alter, die kämpft ganz schön gut. Hier ist noch ein bisschen. Alter, was macht sie hier? Hier gibt es immer so komische Dropkicks. Hallo. Oh, jetzt mal was zu futtern irgendwo. Ah! Was war das? Ist Futter? Wenn auch nicht das Futter, was ich mir erhofft hatte. Oh, hier. Let's go. Oh. 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 Alter, was macht ihr mit mir? Alter, was macht ihr mit mir? Was ist das? Die heizt sich immer zwischendurch, ne? Ja, jetzt bin ich tot. Das ist natürlich nicht so gewollt von mir, aber auch schlecht gespielt einfach, deswegen müssen wir nochmal neu empfangen wahrscheinlich. Das ist mies, das ist mies! Okay, hier ist es. Wo ist jetzt Edwin diesmal? Hallo, Edwin! Sie hat Waffenbeißlich! Was ist das? Edwin, dieses Mal kommst du nicht! Ich komm hier nicht aus! Hier ist noch was! Ich krieg keine Zweifel, leider! Schade! Ich krieg Zweifel, let's go! Oh! 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 Come on! Ich brenne! Ich bin jetzt mal kurz die Anzeige wieder aufladen! Okay! Okay! Alter! Was macht ihr hier? Ich drück doch H! Ich drück doch nicht Z! Fuck! Jetzt hab ich aus Versehen zweimal H gedrückt! Oh nein! Ich drück doch nicht! Ich drück doch nicht! Ich drück doch nicht! Was ist das? Let's go. Sie ist besiegt, Freunde. Let's go. Frohe Weihnachten übrigens nochmal. Ähm. Für alle, die, äh, noch feiern heute und morgen. Let's go. Nehmen wir mal das Ding auseinander, oder? Tu, was du tun musst, Tarn der Misthaufen. Ich hab meinem Scheer und meinem Volk treu gedient. Ich weiß, wen von uns Gott bevorzugt. Avor hat dich besiegt, also wird Avor über dein Schicksal bestimmen. Hm. Behandle ihre Wunden, kleide sie in Lumpen und schicke sie in die Heide, in Sexiel. Du wirst aus Mercia verbannt. Ohne Familie, ohne Titel und ohne Freunde, die dir Trost spenden. Ich werde gehen, bis meine Füße bluten. Und davon träume, euch die Kehlen aufzureißen. Okay. Schöne sie weg. Ich war nett. Es war Weihnachten, da muss man nett sein. Ich vertraue darauf, dass du dasselbe tust. Unsere Völker sind per Eid verbunden. Ei, du hast uns geholfen, Avor. Danke. Und solltest du uns je rufen, werde ich tun, was in meiner Macht steht. Das werde ich. Ganz sicher. Ihr solltet euch mit den Brandschätzen beeilen. König Alfred ist auf dem Weg und er kommt nicht allein. Okay, dann schnell da rein. Den Schatz nehmen wir noch mit, Freunde. Ein Chi-Chi-Schild. Was auch immer das sein mag. Äh. Jetzt müssen wir uns noch mit denen treffen. Wo denn? Ah, hier dran. Okay, let's go. Let's go. Wo jetzt? In ein Dachgeschoss oder so? Geh einfach mal nach oben. Ah, hier vorne. Let's go. Ich erkenne auch so viel. Wer sich an einer Schwelle wiederfindet, sollte sich gut umsehen. Denn wer weiß, welche Feinde in den Hallen dahinter lauern. Okay. Ich bin schon einmal über diese Schwelle getreten. Mit Sigurd. In einem Traum. Nicht einmal. Tausende Male. Tausende? Hm. Der ist nicht so begeistert, dass ich hier bin. Und? Was sagt er, Sigurd? Spricht er zu dir? Ja. Doch die Worte sind vernebelt, wie Schatten. Und doch spüre ich ihre Bedeutung. Und die Esche. Ich sehe den großen Baum des Lebens. Seine Äste strecken sich gen Himmel und öffnen den Weg. Du hast nicht zu viel versprochen. Alles, was du gesagt hast, ist wahr. Ich bin mehr, als ich zu sein scheine. So viel mehr. Das ist Zauberei, Sigurd. Schwarzer Seder. Hör nicht hin. Nein. Das ist wahrhaftig. Das ist alles. Zu den Mauern. Zu den Mauern. Oh, oh. Mal wieder ein Gegner. König Alfred von Westaxer. Er kommt mit einem Heer von Soldaten. Haben wir noch Zeit zur Flucht? Die Männer sind erschöpft. Wir haben keine Aussicht auf Erfolg. Wir brauchen eine Waffenruhe. Wir müssen verhandeln. Ich werde sprechen. Und der König von Westaxer wird zuhören. Sigurd ist also tot. Okay. Schade. So wie ich es verstehe, König Alfred, spricht man deinen Namen nicht gern aus hier in Mercia. Doch bin ich nah genug an Westaxer, um von morgens bis abends meine Lobpreisungen zu hören. Dann geh zurück zu deinen glücklichen Untertanen und überlass die Belange Mercias den Dänen. Nicht bis eure heidnischen Kriegslieder weit außer Hörweite sind. Bitte einen Handel an, Herr. Bitte. Keine Geheimnisse. Beenden wir das hier, Herr. Tauschen wir Männer aus. Meine besten Krieger für eure, um Frieden zu wahren. Danach verlasst ihr, Mercia. Wir ziehen uns in den Norden der Use zurück. Klingt angemessen. Wulfrig! Mein Kriegstahn. Du gehst mit Gettrick, Bruder. Nenne deinen Mann. Hm. Ja, Sigurd. Ich biete mich selbst. Danke, Passin. König Alfred. Warte. Hm. Paladin Vulke. Du bist in dieser Gefolgschaft. Das war ich, mein Herr. Um mir von Edwin zu holen, was rechtmäßig mir gehört. Okay. Die kennen sich. Sigurd ist der einzige Mann, den du brauchst. Er ist mehr wert als 20 anderen. Er ist der Sohn eines Königs. Verräterische Schlange. Und seine Ketzereien sind tiefgreifend, mein Herr. Er hält sich für einen lebendigen Gott. Ich weide dich aus, Trollwein. Schuhe! Oh, fuck. Ich überhebe mich dir, König Elfrid. Denn es ist nicht mein Schicksal, durch deine Hand zu sterben. Bruder. Habt Vertrauen, dass der Herrgott über euch alle wacht. Dieser Mann ist gefährlich, mein Herr. Ich bewache ihn. Wenn du musst, aber behandle ihn ehrbar. Okay. Eieieiei. Also, Sigurd wurde entführt, in Anführungsstrichen. Natürlich nicht wirklich, aber... Jo, was soll man sagen? Der ist jetzt erstmal weg. Und wir erstmal wieder auf uns alle eingestellt. Eieieiei. Wir haben noch Fertigkeiten, die wir vergeben können. Gehen wir mal hier weiter. Okay. Der Sagenstein ist auch jetzt abgeschlossen. Ich würde sagen, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos rein. Und feiert noch schön Weihnachten. Bis dann, oder? Ein. Ciao.